Yo Leute, ich bin's FreestylePro, Steven ist heute wieder bei mir dabei Und wir drehen heute die Eklige Bohnen Challenge Das ist dieses Spiel Bienenbuselt Wenn ihr es euch holen wollt, dann... Wenn ihr es euch holen wollt, dann... Link ist unten in der Infobox Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an Und... Es gibt immer einen guten oder einen schlechten Geschmack Und man muss halt hoffen auf den guten Geschmack Und jeder dreht jetzt hier dreimal Also wir machen insgesamt sechsmal Jeder dreht dreimal, weil du mein Gast bist darfst du anfangen Du bist aber zu Hause Du bist bei meinem Kanal, du bist bei meinem Kanal zu Gast Weiter Okay, reicht schon Ja, ist gut jetzt Schon wieder das Okay, das ist Schokoladenpudding oder Hundefutter Ich kann euch ehrlich sagen, Hundefutter ist brutal Oh mein Gott Warte, warte, warte Das ist Hundefutter, ja Okay, wir müssen... Oh fuck, ich hab's aber Oh fuck, ich hab's aber Musst du's auch nehmen? Ja Ich teile es jetzt einfach mal kurz durch Toll Egal Okay, eins, zwei... Oh, ne Egal, ich hab Schokoladenpudding Boah, ich hab Hunde vertappt Boah, du steckst auch aus dem Maul danach Boah Egal, ich hab Schokoladenpudding Boah, ich hab Schokoladenpudding Boah, das riecht echt geil Hier, schau Hä? Das ist Hundefutter Mh Das schmeckt wie diese Schokorosinen Ah ja, bei Maldi, oder? Mhm Aber gibt's noch bei dir? Oh, neusten Na, ich hab... na, warte, warte, ich hab irgendwo hier Was war das? Ja Also ich drehschau mal, okay? Ja Oh, ne Oh, ne Limone oder gemähtes Gras? Na Und ich kann euch eins sagen, gemähtes Gras, das geht gerade noch Nein, falsch So, jetzt Eins, zwei, drei Boah Limone Boah Ich hatte gemähtes Gras Geil Ach du Scheiße Ich hab Limone gehabt, Jungs Du bist dran Wie viele haben wir das dann zweimal, gell? Zwei, ja, jeder noch zweimal Billiges Produkt Bust dein Finger da weg, du Junge Okay, reicht Mhm Okay, Dreibeer oder Zahnpasta Okay, das geht beides eigentlich Beides geht eigentlich Okay, eins, zwei Zahnpasta Blaubeer Lecker Nein, ich hab auch Blaubeer Mh, geil Mh, lecker Okay, jetzt bin ich wieder dran, Leute Noch dreimal, oder? Mhm Nein 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 Ach du Scheiße, das ist so schlimm Was? Butter Popcorn oder faules Ei Und faules Ei ist brutal Oh Gott Ich hab keine Lust Butter Popcorn Oder faules Ei Gibt's bei Heidegg zu machen Okay Okay Okay, ja, ich hab richtig Schiss Eins Zwei Drei Butter Popcorn Ich hab Butter Popcorn Ja 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 Okay, lieber Das ist so schlimm Aber faules Ei, ich kann ihn verstehen, faules Ei ist richtig schlimm Waaaaaah Geht's wieder Boah, ich hab immer noch nicht Aber hab ich gerade geredet oder du? Was? Hab ich geredet oder du? Ich hab geredet Krass Jetzt hast du noch dein letztes Mal Und wenn es dasselbe ist, was wir mal hatten, dann machen wir einfach nochmal Also wir drehen da neu Weiß Kokosnuss oder Babywende Oh, nee Ach du Scheiße Boah, ich hol, ich glaub ich hol diese Lachkummis gleich Boah, ich hab geheult Eins Warte Bist du noch nicht so weit? Eins Zwei Drei Kokosnuss Boah Boah Fuck, ich hatte Babywindel Boah Boah Boah, das ist alles endend Boah, das schmeckt wie wenn du so eine Dose Babypuder isst Boah Richtig schlimm So Letzte Runde, Leute Ich dreh jetzt noch Dann machen wir einfach das hier Füßig oder Erbrochenes Oh nein Nein, nein So Leute, das ist das Allerschlimmste jetzt Okay Okay, Leute, bitte wünscht mir Glück Eins Zwei Drei Boah Erbrochenes Ich hab auch Erbrochenes Boah, der kam gerade ein bisschen Kotze hoch Da kommt Erbrochenes Digger, das war das Allerschlimmste Erbrochenes Oh mein Gott Ich hab Gänsehaut Alter Okay Leute Danke fürs Zuschauen Das war die eklige Mondchallenge Vielen Dank an Steven, dass er dabei war Ja Abonniert ihn, Link ist unten in der Infobox Nein, verziehen Ne, ich verlinke es nicht, aber Er macht oft bei meinen Videos mit Deswegen guckt auch seine Videos an, wenn er welche hochlädt Und dann bis zum nächsten Mal Tschau Und dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal